Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Sons of the Forest Let's Play, zusammen mit Hiski. Tschüss. Buggy, die rennen ja jetzt alle weg. Und Hori, also GemHoleGuy. Hi. Ja, wir sind hier kräftig am Bauen. Wir haben auch so tolle Gleiter gefunden. Mit ganz viel Zeitfunktion. Also eine, zwei sind ja gut gestapelt, aber die anderen beiden? Ja. Die funktionieren auf jeden Fall noch. Und ja. Genau. Hast du eigentlich Hori am Anfang gesagt? Ja, habe ich. Ja. Okay, dann habe ich das nicht mitbekommen. Es tut mir leid, Hori, dass ich dich nicht mitbekommen habe, dass dein Name gesagt wurde. Ach du, kein Problem. Ich hoffe, du kannst mir das eine mal verzeihen. Die ist danach nicht wieder. Hallo, wieso kann ich jetzt hier nichts mehr aufstafeln? Also ich finde unsere Sachen hier wirklich ein architektonisches Meisterwerk. Also diese Mauern, diese halbfertigen Mauern vorne und hinten, das ist äußerst elegant. Wenn du nichts mir tust, dann tue ich dir auch nichts. Okay. Okay, Hesky, habt verstanden. Merke ich mir. Er tut mir was. Ja, das ist auch ein bisschen zu spät. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen, dass wir hier nicht die nette Flüge. Inselbewohner sind. Äh, doch Bewohner. Hey. Hau ab, du. Schmeiß sie mit Steinen. Geht sie gut? Ach. Warte. Ich muss von der anderen Seite nicht, dass ich mich treffe. Die Speckstunde. Reicht mit dir, du. Hier war aber noch ein zweiter. Ich habe auch irgendwo Wassergeräusche gehört hier. Da gibt es doch kein Wasser, oder? Ich esse mal Kassenfutter. Hm, der hat irgendwie seinen Kopf verloren hier. Hm. Okay. Oh, wie das aussieht. Da kommt noch einer. Ja, Calvin, ich weiß. Warte. Habt ihr mal eine Konserve aufgemacht? Äh. Äh. Noch nicht. Nee. Nee. Warte mal. Wo ist die Konserve aufgemacht? Links. Äh, links nehmen den Snacks. Unter den Energy Drinks. Dosenöffner haben wir ja das eine Mal gefunden gehabt. Ja. Oh, köstlich. Katze. Katzenfutter. Komm, wir warten, was wir jetzt wollen. Äh. Lol. What the shit. Äh, wo ist denn hier eine Konserve? Ich hau mir das mal in den Kopf. Ja, komm. Miau. Deck damit. Namen. Nee, ich habe keine Konserve. Wie es sich halt in den Mund schnippt, das Katzenfutter. Ja, bis sie so was ist. Miau. Wo ist das Katzenfutter? Hä? Worüber redet ihr alle? Die Konserve musst du mal aufmachen. Das Katzenfutter drin. Und links, glaube ich. Äh. Nee. Du hast, du hast keinen. Du hast keine Konserven aufgesammelt? Nee. So. Mann, ich wollte eigentlich Pfirsiche haben. Was kriege ich Katzenfutter? Das ist doch fast das gleiche. Miau. Momm, momm. Geil, ey. So. Hier war da noch irgendwer. Hier liegt nur einer. Ja, genau. Das war der, der den Kopf verloren hat. Nimmst du den Kopf? Nee. Warst gerade schon. Ihr seid viel produktiver als ich. Ich muss auch noch mal was machen. Ach, stimmt. Von den Möwen kann man gar nicht mehr den Kopf mitnehmen. Oh. Das, da fehlt dir was, ne? Da fehlt dir richtig was. Ja, töd ich. Das war voll ikonig. Wow, was ist denn hier passiert? Beim Feuerwerten. Jojo, das wird ja wieder eine schöne Baufolge. Ja, da ist vor mir gelandet. Das ist total spannend, Buggy. Bitte. Das ist richtig spannend hier. Es sind auch nur noch 92 Baumstämme. Kein Problem. Und 95 Bretter. Oh, mir fehlt das Klebeband. Also, ich glaube, wir müssen mal wirklich, äh, Wir müssen mal ein paar Höhnerkunden gehen. Ja, wegen dem Klebeband vor allen Dingen. Oh. Das ist Mangelware. Jetzt sind wir bei Anno. Ey, du machst mir nicht diesen Gleitschirm kaputt, ja? Wer? Ich hab hier Besuch. Achso. Du machst nichts kaputt. Marina hat Männerbesuch. Ja. Aber wir verstehen uns nicht ganz so gut. Also, kann, ne? So, da kommt es jetzt erstmal aufs Feuer. Okay. Also, dass ihr euch so schlecht versteht, das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, herrlich. Ja, es wird ja immer gesagt, in Aachen gibt es zu viele Männer im Vergleich zu Frauen. Ich wollte das mal ein bisschen, ähm... Ah, sehr, 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 sehr. Das ist richtig, richtig Rücken hier. Ich wollte das mal wieder klarstellen. Aua. Calvin. So. Lebe. Was? Calvin ist tot? Ja, er wurde gerade niedergeprügelt. Calvin. Aber der rennt. Ja, okay, dann lass mal jetzt, äh, dann zu einer Höhle gehen. Hm. Hier. Hier ist wie so ein Affengesicht. Zack. Hat jemand zufälligerweise noch Medikamente? Obwohl, ne, ich könnte mir auch, glaube ich, diesen Health-Mix. Ich vergiss das immer, dass es einen Health-Mix gibt. Äh, ich hab mir auch so eins gemacht. Jetzt muss ich mal grad gucken. Das war wieder irgendwas hier Tropisches da unten. Hando, Ibera und irgendwas anderes. Ansonsten hab ich noch Pillendosen, musst du uns Bescheid sagen, denn. Ja, das wär sehr lieb, weil ich hab noch nicht mal irgendwas... Ach so, ja, warte. Ja, dann können wir ja, äh... Ach, warte, ich muss die erst, ich muss die erst verbauen, sonst geht das nicht. Ich würde sogar mal dahin gehen, wo, äh, wir gesponsert, weil da auch irgendwo eine Höhle ist in der Nähe. Also kann ich dich jetzt mit E nicht anschnacken, was ist denn das? Jetzt geht's. Hier. Dankeschön. Bitteschön. Das war nicht für dich, Hiski. Darf ich? Okay, dann sag ich dann keinen Bitteschön mehr, okay? Versteh ich? Ah, warte mal, was... Oh, Kevin, 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 Kevin. Komm her. Oh, richtig cool. Mach mal, äh... Baumstämme, auf jeden Fall Baumstämme. Baumstämme. Baue... Nein, nicht Feuer. Nein, Baumstämme. Nee, lass mich die wieder angucken. Lass mich die... Nein, Kevin, 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 nein, kein... Nein. Zweite Häuschen ist auch fertig. Ey, ey, ich hab das gesehen, ich hab das auf Video. Ich hab das auf Video. Hallo, hallo, hallo. Ich hab das auch auf Video. Ich wollte, dass er stehen bleibt. Na. Äh... Baue... Konstruktion abschließen. Konstruktion abschließen, ging das beim letzten Mal auch schon? Ja. Ging schon die ganze Zeit. Ja? Achso. Der müsste jetzt also die ganze Zeit Holz sammeln und dementsprechend auch, äh... Oh, ja, okay. Ey. Du hast angefangen. Du hast angefangen wegen Calvin. Ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte, äh, dass er stoppt. Und er ist eh bei irgendeinem Treffer immer sofort auf dem Boden jetzt. Mhm. Ich hab das Gefühl, Hiske und Calvin, die verstehen sich nicht so. Ja, besser, besser nicht die Häuser nebeneinander geben, ne? Äh, es stimmt, ich hab ein Chaos für Calvin vergessen, Mist. Ach, der kommt klar, der hat einen Stuhl. Gang. Oh Mann, das war jetzt richtig assi, oh. Ach, Mann. Armer Calvin. Ja. Ja, ich baue noch eins, äh, komm, das muss jetzt nicht, wir gehen erstmal, denke ich, würde ich vorschlagen. Aber danach mache ich, äh, noch ein Häuslein für Kevin. Äh, Kevin. Okay. Calvin. So. So, ich hab ihn auch gleich noch die Tür aufgemacht. Gut, dann folgen sie mir bitte. Hiske, da bist du. Aber wenn du noch weißt, wo das war, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, wenn man ein M drückt, dann wird's auch an angezeigt. Relativ. Ach so, okay. Ah, ja, da hat ich jetzt, hatte ich jetzt auch schon wieder nicht mehr dran gedacht, wir haben ja das GPS-Gerät. Ist Harry auch dabei? Ja. Ich bin auch dabei, ja, ich bin mit der Hiske. Ich muss meine Wasserflasche mal wieder füllen. Äh, aussitzen. Ich musste generell trinken. Jetzt hat er wieder Hunger. Ich muss jetzt meine Stelle finden, wo ich was trinken kann. Ist sie noch voll. Gibt es immer eher so speziellere Stellen, oder kann man es einfach überall? Ach, jetzt. Ich glaub, weil's tief genug ist, geht's. Flump. So, ich mach' einen auf Gollum und is' wieder'n hohen Fisch. Boah, ich brauch' auch so'n hohen Fisch. Okay, die Aussage kriegt man nicht höher, wenn man einfach noch weiter trinkt, obwohl man voll ist. Hm. Schade. Bin mal gespannt, wann wir Winddeck kriegen. Boah. Dann wird ihm auch noch kalt. Das ist erschrecklich. Ja, das war immer nervig, der erste Teil. Mir ist kalt. Ich bin feucht. Nach zwei Metern. Ich weiß noch, wir hatten die eine Folge, da sind wir ja irgendwie quer durch die gesamte Insel gelaufen. Und jede zwei Meter, dann fängt er an, so zu keuschen. Das war in der letzten Folge. Ja. Mit diesem komischen Artefakt, was dann... Hab' ich euch eigentlich erzählt, was die gemacht haben? In den Patch Notes, meinst du? Nee, nee, äh, mit den Artefakten... Nee? Aus, äh... Das eine wär', das hält die Typen ab, und das andere wär', halt eben, es zieht extra Aggression an. Die sind zwei Mobis. Oha. Ja. Okay. Mit dem ein' kannst halt eben deine, äh... Verteidigung testen. Deswegen. Ach so. Deswegen, aggressiv machen. Ist aber so, ähm, ja. Ne? Ja. Braucht man nicht, wirklich, finde ich. Aggressiv machen? Warum nicht? Braucht man doch. Das wär'n der ultimative Test. Wenn man Tau-Defense spielen will. Nö. Ich bin so stark, ich komm mir hier mit allen Leuten klar. Zehn Sekunden später. Äh. Oh, ich bin tot. Ich kann mich mal jemanden wiederholen. Das ist genau so, Leute, die das so dran überspringen und so, äh, ich komm mir hier mit dem Spiel nicht klar. Was muss ich machen? Das Spiel ist kacke. Ja. Was ist das? Was? Ach so, das, ja, Lachsbären, genau. Kannst nicht mehr tragen, Lachsbären. Oh. Schick, Uri. Die Blaubeeren sind einfach gar nichts mehr wert. Schade, eigentlich. Ich weiß noch, wie hieß das, dass der Nazi-Blaubeeren war. Nee, die waren gut. Oh, Kiste. Du konntest so viel von denen essen, äh, du konntest echt wenig F essen und warst voll. Essen und trinken. Die haben sie extrem genuntergenommen. Ich hab zum ersten Mal, glaub ich, ein Reh erledigt hier. Cool. Ja. Hast du meinen Reh-Spekt dafür? Ach, das Zweite. Ach, Spinnetz. Noch ein Spinnetz. Oh, Hilfe. Jetzt müsste ich hier irgendwo gewesen sein. Da unten? Whisky, warte mal kurz. Wir waren auch am Mampfen hier. Am rohen Rehen, nam, nam, nam. Oh ja. Also die Schaufel wäre auf jeden Fall schon mal geil, weil wir den Schenten, Schenten, Schenten. Oh, ich würde auch Gräber schenten, ja. Oh. Äh. Äh. Sir. Äh. Wo kommt der denn her? Also ich bin grad bei einer Abschlussstelle und hier sind Koffer. Oh, schick. Oh, ein Klebebar. Wir hatten grad, glaub ich, ein Einwohner-Ureinwohner-Problem. Jetzt nimm die Angst, Mann. Granaten. Ich hab auch Medizin gefunden. Ah. Leuchtfackeln. Jo. Sind wir hier abgestürzt? Das ist der Abschlussstelle, ja. Schauber. Schauen wir da. Feldration. Ja, Klebeband. Oh, zum Glück. Jetzt nimm... Was ist der jetzt mit Feldration? Sehr schön. Oh, Klebeband. Das respawnt auch wieder, also auf diesem Floß da, auf diesem Rettungsfloß, da können wir auch noch was holen. Okay. Jetzt müssen wir nur die Höhle finden, die ja irgendwie ganz in der Nähe sein soll. Boah, Granaten. Na, Klebeband. Wuhu. Oh, was? Da, aua. Warum immer ich? Hab's da gefunden? Ja, warte kurz, Hiski. Ich hab grad Probleme. Oh. Cornflakes, okay. Äh. Äh. Hoppla. Wie man sich die Cornflakes reinschüttet. Schön. Ganze Packung ist voll. Man nimmt sich so zehn Stück oder so raus. Wau. Und die Packung ist leer. Mh. Crunchy, manchy. Oh. Hm, nom, 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 nom. Das sieht so geil aus. Ich hab, glaub ich, drei Packungen mittlerweile davon. Ich glaub, mehr kannst du auch nicht tragen. Klebeband zum Glück. Oh. Ich kann keine Wodka-Flasche mehr tragen. Was ist denn das? Kann doch gar nicht sein. Ich geh nur mit mäßiger Gesundheit da rein. Das wird super. Äh. Ups. Ja, schauen wir mal, ob wir das schaffen, ne? Ich glaub, das Essen war roh. Hier ist noch ne Konserve. Ja, warte, mach ich die jetzt auch mal auf. Äh, was war denn das, was ich gerade gegessen hab? Fleisch. Ah, rohes Fleisch, nam, nam. Hä? Ah, da. Oh, ist in die Taschenlampe versteckt. Äh, was wird das? Stopp. Stopp. Was soll ich denn jetzt mit dem Katzenfutter... Okay, essen nochmal. Seht ihr die Taschenlampe in dem Hintergrund? Wo ist die, wo ist die? Rechts, 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 rechts. Rechts, bei dem Speer, glaub ich, irgendwie. Ah. Ich glaub besser. Ah ja, den hab ich auch schon. Vier. Sehr gut. Hier sind ein paar Schädel. Das wollte ich haben. Whisky, das wollte ich haben. Schädel, okay. Bitteschön. Das war natürlich ein Scherz. Oh. Oha, das sieht ja hier... War, ich bin doch nicht einfach so. ...nicht so vielversprechend aus. Ja, das... Waki, das geht. Wir haben ja Erfahrung. Hier, wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Diese Kletter-Axt. Boah, das war... Das war ne Sucherei, mein Mann. Ne, meine, war die einfach beleuchtet an deiner Wand. Ja. Das ist nicht aufwendig. Das war so schlimm. So, ich hab da mal was vorbereitet. Hä, wo? Machen? Ja, ihr habt ne Fackel da erstmal hingeworfen, dass wir ein bisschen was sehen hier. Ich glaub, ich muss mir mal... Da ist einer, das Mutant. Wo, was? Echte Mutant. Nackige Mutanten. Ne, da mach ich mir erstmal ein bisschen Rüstung hier. Ja, ich muss auch Rüstung machen, aber ich komm grad nicht dazu. Äh, das ist noch wer, ne? Ja, das sind drei. Das hätte mir das vorher sagen können. Hatten wir nicht sogar Schusswaffen oder sowas schickes? Ja, ich bin da eigentlich auf dem Boden. Oh, das sind einige. Ne, erstmal hole ich Mutantenrüstung. Whisky kann warten. Ja, hat mich schon erledigt. Das sieht schon wieder. Äh, was ist das? So, dann schau ich mal. Oh, 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 oh. Ich brauch mal ganz kurz ne... Ich muss mal ganz kurz kurz... Ach, nur einer kann die rausnehmen, die Mutantenrüstung. Nur eine? Ist wirklich? Ach, die Scheiße. Dann hab ich die ja alle. Ja. Ne, eine hab ich auch bekommen. Einmal. Ne, das kann nicht sein. Man kriegt doch sonst immer alles, doppelt und dreifach. Ja, weiß ich auch nicht. Mal schauen, ja. Das ist ja... Oh, da müssen wir ja aufpassen. Das ist vielleicht für jeden erstmal eins nur. Ja, dann kann ich euch das geben. Weil wenn das wie bei Forrest ist, dann ist das ja die beste Rüstung im Spiel, ne? War das nicht so? Ne, ich glaub, die synthetische Rüstung ist die bessere. Ach, die se... Ach so. Ah, okay. Okay, jetzt wieder ziehen. Oh. Oh, her damit. Gleich mit dem Mund. No, no, no. Bist du Martins essen? Oh. Na, ich kann leider keine mehr aufheben. Noch, Alter. Noch mehr. Äh, ich hab ein Kreuz gefunden. Was? Könnte ich dir ganz kurz warten, bitte? Oh, kriegst du's. Super. Marina, weiche von mir. Weiche von mir. Warte mal, das ist ja kein Kreuz, oder? Ähm, soll ich euch jetzt nicht gut fanden? Mach mal linksklick. Doch. Das ist tatsächlich ein Kreuz. Mach linksklick. Was? Oh. Mit dem Kreuz, ja. Die Kraft in der Christi besiegt dich. Die Kraft in der Christi besiegt dich. Sehr geil. Hilfe, Leute, da war was. Hilfe. Was? Ach, hier wieder so eine. Nee, vor dem Kreuz, nicht, aber vor der Schusswaffe. Okay. Bitteschön. Toll, die Rüstung, die ich gerade feinsäuberlich gemacht habe, ist jetzt wieder weg. Ja, bei mir auch. Oh, Medikamenten, oh, zum Glück. Komm, dann holt ich auch mal so ein. Ich glaube, wenn wir alle gleichzeitig machen, kriegen wir alle was davon ab. Ja. Ja. Müssen also wirklich alle gleichzeitig, äh, dann eh drücken. Okay. Ich hab die aber gerade nicht gefunden im Inventar, die Mutantenhaus. So, mal gucken. Da ist noch einer. Okay. Okay. Ist da alle da? Nee. Nicht, nee. Nee, jetzt, ja. Warte. Okay. Eins, zwei, drei. Drei. Halt, schnack. Halt für der Arme, ey. Huch. Was muttert Mut, ne? Ja, war kaum brutal. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Wo hab ich denn? Ich hab drei Rüstungsstücke. Ganz unten rechts. Ganz unten rechts. Ach, da ist auch die Knochenrüstung. Jetzt hab ich die gefunden. Oh nein, müssen wir wieder durch irgendwas durchtauchen. Kann das sein? So. Ich glaub, es sieht wunderschön aus jetzt. Könnte sein, ja. Dass es so ist. Hier geht's nicht weiter. Nee, da hab ich auch schon geguckt. Da geht's nicht weiter, ne? Nee. Der muss ja da weitergehen. Dann müssen wir durchs Wasser wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, ja. Die hier jetzt abgebaut? Ja. Sieht aus wie... Aua. Hoppala. Sorry. Gold? Nee. For your interest. This is what we are looking for. So, so. Zettel. What a reference. Ja, ich glaub auch nicht da, was es ist. Okay. Oh. Oh, alter Fledermäuse. Ich bin voll erschrocken, ey. Jetzt nimm dieses Blatt weg. Hier ist nix mehr, ne? Ja, der muss es hier weitergehen. Ja. Ja. Ja, ja. Gott, ey. Was sind's hier wohl noch so alles erwartet? Äh. Warum leuchtest du denn in den dunklen Hisky? Irgendwas macht scheißgeroll. Äh. Oh, was? Wie in dieser Rüstung. Äh, was ist das? Alte Schwede. Der kommt da gar nicht durch, ne? Der steckt fest. Was macht der hier in der Wand? Das wäre der perfekte... Du hast Munition für die Pistole? Ja, die haben alle aufgesammelt. Immer dauerhaft. Äh. Ich hab Bomben gefunden. Lass uns die reinwerfen. Ich hab... Ja, Granat nach Bauer noch. Das hört sich gut an, ja. Bomben sind immer cool. Warte. Alle denn da nach links. Nicht, dass wir noch mit wegexplodieren. Oh, was? Kiniata. Kiniata, wie geil. Ups. Hoppla. Ich glaub, eine hätte gereicht. Eine, ja. Definitiv. Wir kriegen keine Rüstung mehr. Kann das sein? Ach, das sind Zeitbomben. Ich seh schon. Ach, sicher, sicher. Ah, stopp. Ich muss mal ganz kurz. Äh, ja, okay. Äh, ach, sorry. Ja, ich esse einen Arm. Mh. Mh. Mh, mh. Das ist ein schöner Arm. Tja, lieber Arm dran als Arm hat. Na? Ob man hier in der Höhle auch irgendwie speichern kann? Äh. Nur wenn wir so ein Lager aufbauen. Ja, schieß wahrscheinlich, ja. Können wir ja sonst mal eine günstige Stelle machen. Oh. Wie viele Munition habe ich eigentlich noch? Eins, zwei, drei. Am besten jetzt. Ich hab keine Ahnung, wie viele Fahne. Ach, da. Ist meine Munition. Okay. Äh, nee. Das sind viele Laufgeschüsse. Neun Millimeter. Okay. Nicht mehr so viele. Ich verbrauche keine, äh, Pistolen mehr. Eine Flinte aber noch nicht gefunden. Das ist dann. Nee. Die schaut so ätzend aus, wenn man die anhat. Das ist nichts Neues. Mobbingkreis. Da ist noch einer. Oh. Was ist das? Der ist aber irgendwie größer. Der hat keine Arme. Der hat nur einen Kopf. Äh. Und Rücken. Au. Und ist tot. Äh. Irgendwas kommt aus ihm raus. Okay. Eins, zwei, drei. Nein. Nein. Nein, baguette ist der Poco. Doch. Doch, doch. Hat noch funktioniert. Okay. Äh. Da. Okay. Hier haben wir noch einen. Eins, zwei, drei. Wir brauchen mehr Licht hier. Hat jemand eine E-Mail geschrieben. Wer druckt eigentlich eine E-Mail aus? Äh, äh. Deutsche Bürokratie. Ja. Wir drucken sie aus, um sie eins zu scannen, um sie bearbeiten zu können. Ah ja, okay. Ups, ah, ich hab ihn gedruckt. Oh, okay. Hm. So, ich hab jetzt volle Rüstung an. Dieses Mal hat's nicht geklappt. Na, egal. God, my workers are having a lot of trouble getting anywhere inside of these caves in complete darkness. It's saved here, they light it up like a Christmas tree. Okay. Ja, man sieht's, ne. Haben die auf jeden Fall total. Haben sie hinbekommen. 10 von 10. Haben sie hinbekommen, ja. Ich hab so viele Medikamente, dass ich die jetzt wegschmeiß. Alles klar. Okay. Da hinten ist der nächste Feind. Ich hab mal ein paar Mollis gebaut, falls wir die noch brauchen. Ja, muss ich auch machen, glaub ich. Feldration. Und das war nicht mehr hintereinander craft, also ne. Ja. Ja, ja, ja. Ich hab noch eine Feldration, aber das ist... Noch eine Feldration, ja. Das ist die Frage, hat man die dann wieder automatisch angezündet oder nicht? Ach so. Oh, okidoki. Äh. 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 Was ist das? Das ist die Höhle riesig. Da ist wieder einer, da ist wieder einer. Ja. Ich weiß nicht, wie man das legt, aber wie zudem man die Molli an? Äh. Probier mal L. Ich drück's. Ich mach's, aber es passiert nichts. Ja. Ich glaub, man muss die... Boom. Ich geh jetzt raus. Ah, muss den anderen, äh. Man muss das Feuerzeug noch ausrüsten. Ja. Mit der Taschenlampe. Geht das, glaub ich, nicht, ne? Ah, der lebt noch. Aber scheiße, dem geht's gut, ja. Au. Achtung, ich werfe Molly. Oh, ja. Oh, Deckung. Sehr gut. Okay. Hä? Weggeglischt. Nein, das ist klar. Wollen wir dann hier ein Lager aufbauen? Stay out. Jo. Könnt man machen, ne? Stay out. Ja, ich hab das grad direkt vor dem Gesicht gehabt. Ins Kreuz reingerammt. Stay out. Äh, ja dann, dann... Wagi ist, äh... Zeltmeisterin. Wagi kennt sich damit aus. Zack. Äh... Du kannst sie nicht auffrischen, oder? Doch, jetzt. Äh, es ist immer ne gewisse Stelle. Ja, ja, genau. Und wir können sogar schlafen. Nicht, dass wir das bräuchten oder so. Ja. Ja. So, Spielstand. Gespeichert. Ja. Sehr gut. Gut, gut, gut. Sollen wir dann aufhören mit der Folge? Ja. Uh. Ups. Ja, dann... Hat ja super geklappt hier mit dem Zelt. Ich hab gespeichert. Ähm... Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne bei den anderen Kanälen vorbei. Also, ich weiß. Ihr wollt immer nur bei mir schauen. Aber es gibt noch drei andere hier. Das wären zum Beispiel Buggybird. Äh... Ja, tschau. Sorry. Whisky. Hallo. Und Jerm Horror Guy. Bis dann. Dann sag ich mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschöööööööhööööööö! Tschüss!